In der guten alten Zeit lebten die Menschen noch ruhig und in Frieden. Niemand glaubte, dass es in Zukunft zu einer Bedrohung kommt. Auf der Schattenseite des Friedens und des Wachstums gab und gibt es aber auch immer das Böse. Die Menschen beginnen, das Wachstum abzulehnen und bezeichnen den Frieden als Degeneration. Wir haben uns hier versammelt, um die Mächte der Finsternis mit unserem verfluchten Blut zu rufen. Wir wollen, dass sie die Welt regieren. Wir erwarten lächelnd den Niedergang der Welt. Nach 100 Jahren ist der Böse wieder auferstanden. Er kann sich in eine Fledermaus, einen Wolf und Nebel verwandeln. Er liebt die Nacht. Er schlürft das Blut von jungen Frauen und lebt ewig. Der Burker des Teufelsschlosses. Der Herr des Bösen. Graf Dracula ist auferstanden. Der Herr des Bösen. Graf Dracula ist offensichtlich. Er lagern in den Niederlanden. Denk Rifu ist auf einen Weg verbatilen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020